Hey Leute, Tonya Tutor, ich bin jetzt schon seit zwei Tagen, also zurück vom See. Und ich, also ich ist jetzt ein bisschen in der Patsche, also weil, als ich nach Haus kam, gekommen bin, da gab es ein bisschen einen Schock für mich. Aber ich habe jetzt beschlossen, also ab morgen ist Klartext, ich erzähle euch das jetzt, also halt wie es kam. Und ab morgen ist Klartext, dann zeige ich euch, also was mich hier erwartet hat. Und dann erzähle ich euch das. Und dann müssen wir uns jetzt beim nächsten Mal, Tonya Tutor.